Ich bin 1956 geboren und beziehe eine Altersrente. Wie viel darf ich neben der Altersrente dazu verdienen? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Im Zuge der ganzen gesetzgeberischen Diskussion um den Wegfall der Hinzuverdienstgrenzen für vorgezogene Altersrenten bekommen wir auf Rentenbescheid24.de sehr, sehr viele Anfragen, unter anderem auch zum Thema Hinzuverdienst, Altersrenten und so weiter. Und hier war eine ganz interessante Anfrage. Ich gucke schon mal ganz kurz in meinen Rechner rein. Habe eine Frage an euch. Ich bin im Juli 1956 geboren und bin nach 45 Arbeitsjahren im Juli 2020 in Altersrente ohne Abzug gegangen. Wie viel darf ich jetzt dazu verdienen? 450 Euro, 520 Euro oder unbegrenzt? Fragezeichen. Also die Antwort ist relativ einfach. Sie sind 1956 geboren und Sie haben Ihre Regelaltersgrenze schon längst erreicht. Das heißt also, Sie können so viel dazu verdienen, wie viel Sie wollen im Monat. Da wird nichts mehr an die Altersrente angerechnet. Also da müssen Sie sich gar keinen Kopf machen. Ab Vollendung des Lebensalters für die Regelaltersgrenze oder genauer ab Ende des Monats, in dem Sie Ihre Regelaltersgrenze, das Lebensalter erreicht haben, entfällt anrechenbarer Hinzuverdienst. Das gilt zumindest bis zum 31.12.2022. So heißt es also nach dem Gesetz. Sie können ganz entspannt sein. Sie können dazu verdienen, so viel wie Sie wollen. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.